Theo Müller, der Inhaber der größten Privatmolkerei in Deutschland mit Marken wie Müllermilch, Weinstephan und Landliebe, hat sich nun mit brisanten Aussagen in den sächsischen Landtagswahlkampf eingemischt. In einem Interview nennt er AfD-Chefin Alice Weidel eine Freundin. Außerdem gibt er Details aus Gesprächen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer preis. Bei diesem Treffen im August 2021 habe Müller nach eigener Aussage mit Kretschmer über mögliche Machtoptionen nach der Landtagswahl im September gesprochen. Kretschmer und Müller hätten auch über eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD gesprochen. Auch um eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD soll es bei diesem Gespräch gegangen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017